Dann ist Zeit wird die Fol- Ja, wir sehen gerade Folgen rauszuhauen, das passiert mir natürlich nicht Ja, wir sehen gerade Nicht wenn ich nachts spiele Ja mein Scherz Ähm Ja, es kommt was geiles, wie ihr seht Fotografik Ja Scheint, äh so Ähm Ja, momentan Läuft, ja Übercamp 2, 3 Aber im Mai Wirds anders, da kommt Ja, insediert habe ich es schon Nur Die Videos habe ich schon alle gemacht von Wizen Gothic Und Pokémon Rumble ist ja Auf der Kamera Ähm Dies Video wird am 18.02.12 gedreht Und kommt so Montag raus Also Würde ich sagen Ich hoffe euch Euch freut die Nachricht Dass ich Streps auch nutzen werde Aufnehmen Und äh Ja Dann werde ich es auch machen Dann werde ich es auch machen Schau Meinen Plan ist ja eigentlich voll Aber Ich hab noch Zwischen machen Ose-Motor gequetscht Ähm Falls andere sagt Ähm Der kommt mit Frips Ähm Ja Was denn Ich hab jetzt ein Best Ähm Frips ist glaube ich besser Ja Aber Was noch kommt Ist noch Let's Play Vielleicht werde ich es auch mit Frips aufnehmen Heizplätze Kennen Autoren Wer ist auch vielleicht Let's Play Und ähm Ja Ja Ich sag euch mal die Folgenden Spiele die ich ähm mit Frips und Tarn So als es bleiben werde Ähm Folgendes ist Wesen 2 Split Second Wie ihr gehört habt Und Und Montanzer Fui Es wie Ähm Ähm Wer eine Stimme schon erklärt hat Ich bin noch ein bisschen krank Und Ja Ich hoffe ihr habt alles so verstanden Und Ja Da würde ich sagen Bis dann Und ja Tschüss Ja Scheine Ich 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 Vielen Dank.